Das waren die Plätze 10 bis 6, nun folgen die Plätze 5 bis 1. 5 sind Bad 7. Reise. Zyklopen, Riesenvögel und ein Drache. Mehr Nostalgie geht nicht. Ray Herrihausen schuf unvergessene Kreaturen, die bis heute jung und alt begeistern. Ein Genuss. Platz 4, Pans Labyrinth. Der beinahe Hobbit-Regisseur Guillermo del Toro liefert einen gelungenen Mix aus Horror und Märchenromantik. Ein Film, wie man ihn selten sieht. Platz 3, Jason und die Argonauten. Das war der allererste Ungeheuer- und Monsterfilm, den ich im Kino je gesehen habe. Solchen Filmen bleibt man zeitlebens verbunden. Platz 2, der Hobbit-Smogs-Einöde. Der zweite Teil von J.R.R. Tolkiens Hobbit-Verfilmung bietet wunderbare Effekte und fallen den atemberaubendsten, unheimlichsten Drachen der Filmgeschichte. Platz 1, die Herr-der-Ringe-Trilogie. Das ist eigentlich selbstverständlich, denn diese Art von Kino hat es vor Peter Jacksons Sensations-Trilogie noch nie gegeben. Ein filmisches Wunderwerk. Ich hoffe, da waren nun einige Perlen dabei, die ich Ihnen anempfehlen kann und wünsche Ihnen viel Spaß im Kino und viel Vergnügen mit dem Fantasy-Kino. Auf Wiedersehen. Untertitelung. BR 2018